Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eine Piratengeschichte von Hans-Heinz Evers, bei der die Bösewichte ziemlich blutrünstig eins auf den Deckel bekommen und die Guten einige Abenteuer bestehen müssen, bevor sie ihr wohlverdientes Glück finden. Wenn du keines meiner Hörbücher mehr verpassen möchtest, dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Das Seeräuberschiff Es war wirklich wahr. Jubs Großmutter kannte wundervolle Geschichten. Die beiden Jungen kauerten sich zu ihren Füßen auf niedrige Schemel und hörten mit offenem Munde zu. Die Großmutter begann. Vor manchen hundert Jahren fuhr ein großes spanisches Schiff durch das Meer. Damals hatte man noch keine Dampfschiffe mit Rädern und Schrauben wie heute. Die Schiffe hatten nur große Segel, auf die der Wind blies. Das Schiff kam von Mexiko und hatte als Ladung Gold, Silber, Edelsteine und Sklaven. Die sollte es dem Könige bringen. Eine Menge der Reichtümer gehörte aber dem Kapitän selbst und man sagte, dass er sie auf Piratenzügen zusammengeraubt habe. Der Kapitän war ein strenger, bitterböser Mann mit einem schwarzen Spitzbarte, der seine Matrosen immer schalt und schlug. Zu essen gab er ihn nur sehr wenig und schlechtes Essen noch dazu. Trockene Schiffszwiebecke und weiße Bohnen, die so hart wie Kieselsteine waren. Denn er meinte, dass sein voller Bauch nicht gut zum Arbeiten wäre. Wenn die Matrosen aber murrten, dann ließ er sie in schwere Ketten legen und mit der neunschwänzigen Katze schlagen. Das war eine kurze Hundepeitsche mit neun Riemen, an denen eiserne Kugeln hing. Die Sklaven aber hatten es noch schlechter. Sie lagen Tag und Nacht unten im dunklen Schiffsraum in Ketten und bekamen zur Nahrung nur das Essen, das so verfault war, dass selbst die Matrosen es nicht mehr essen konnten. Krank waren die Sklaven alle und täglich starben ein halbes Dutzend. Dann wurden sie einfach auf Deck getragen, ins Wasser geworfen und dort von den mächtigen Heilfischen verschlungen. Diese grässlichen, gierigen Tiere mit den riesigen, mit spitzen Zähnen versehenen Rachen folgten dem schwarzen Schiffe schon seit der Küste. Sie schwammen immer darum herum und warteten gefräßig auf die Leichen. Der harte Kapitän und sein grausamer Schiffsarzt vergnügten sich jedes Mal, wenn sie den Bestien zum Frühstück und zum Abendbrote die Leichen herunterwarfen. Neben der Kajüte des Kapitäns befand sich noch ein kleines, schmales Zimmerchen. Darin wohnte eine wunderschöne, bleiche Frau mit langen, schwarzen Haaren. Sie hieß Maria und war die Tochter eines alten, spanischen Schiffskapitäns, dessen Schiff vor einigen Jahren mit Mann und Maus untergegangen war. Sie allein war gerettet worden. Und der Kapitän hatte ihr versprochen, sie in ihre Heimat zu bringen. Das fiel ihm aber gar nicht ein. Er hielt sie fest, und wenn das Schiff in irgendeinem Hafen landete, so verschloss der Kapitän selbst ihr Zimmer mit schweren Riegeln und Schlössern, so, dass sie nicht von Bord kommen konnte. Einmal hatten ein paar Matrosen im Hafen von Havanna versucht, sie zu befreien. Aber der Kapitän hatte es gemerkt und hatte die Matrosen mit der neunschwänzigen Katze totschlagen lassen und dann den Haifischen zum Fraße vorgeworfen. Seitdem wagte niemand mehr, sie zu retten. Maria war der gute Geist im Schiff. Sie stieg herunter ins Schiff und brachte den armen Sklaven Wasser und Brot und was sie nur an Speisen finden konnte. Für die Matrosen aber hatte sie immer gute, freundliche Worte, so, dass sie von allen verehrt wurde. Der böse Kapitän verfolgte sie mit Liebesanträgen. Aber Maria wollte nichts von ihm wissen. Sie wies ihn ab, ohne weder auf sein Bitten noch auf sein Fluchen zu hören. Da geschah es, dass eines Tages ein Schiffsjunge ein Gespräch zwischen dem Kapitän und seinem Schiffsarzte, einem graubärtigen, dickbäuchigen Halunken, der den Kapitän schon auf seinen Seeräuberfahrten begleitet hatte, belauschte. »Also abgemacht«, sagte der Kapitän. »Nach zehn Tage haben wir zu segeln, bis wir zur spanischen Küste kommen. Ehe wir in den Hafen einlaufen, schüttest du dein Pilberchen in das Essen für die Leute. »Verlasst euch drauf, Kapitän«, antwortete der Schiffsarzt. »Sie sollen so gut zu Essen bekommen, dass sie nie wieder etwas anderes brauchen.« »Wenn sie tot sind, werfen wir die ganze Bande über Bord«, fuhr der Kapitän fort. »Da werden sich die Hallfische freuen«, lachte der Schiffsarzt. »Im Hafen nehmen wir neue Matrosen an Bord, von denen keiner weiß, dass die Reichtümer für den König bestimmt sind. Wir fahren nach Frankreich und teilen dort die Schätze.« »Gut, Kapitän, auf mich könnt ihr euch verlassen«, rief der Schiffsarzt und ging hinunter, um nach den Sklaven zu sehen. Als der Schiffsjunge sich von seinem Schrecken ein wenig erholt hatte, lief er in die Matrosenkajüte und erzählte, was er eben gehört hatte. Alle steckten die Köpfe zusammen und überlegten, was zu tun sei. Die meisten meinten, man solle die beiden alten Seeräuber am besten gleich totschlagen. Aber der Steuermann riet zu warten, bis das Land in Sicht käme, dann den Kapitän und den Schiffsarzt in Ketten zu legen und sie den Gerichten auszuliefern. Und das beschloss man dann auch. »Ja, es kam aber anders, als sie gedacht hatten. Am folgenden Tage herrschte eine drückende Windstille. Alle Segel hingen schlaff herab und das Schiff rührte sich nicht vom Flecke. Dann aber setzte ein heftiger Wind ein, der bald zum Arkana anschwoll. Der Kapitän ließ alle Segel einziehen. Turmhohe Wellen fielen auf das Schiff. Der Regen goss in Strömen und der Donner rollte mit den Wogen um die Wette. Auf Augenblicke erhielten mächtige Blitze die stockfinstere Nacht. Plötzlich gab es einen gewaltigen Stoß. Das Schiff war auf einen unterseeischen Felsen gestoßen. Das Wasser drang durch das Leck ein und stieg rasch höher. Der Kapitän befahl, sofort alle Boote hinabzulassen und das Gold und Silber hineinzuschaffen. Da aber brach die Mannschaft los. Sie wusste, dass, wenn man alle Schätze in die Boote schaffte, für sie selbst kein Platz mehr sei. So wollte also der schlechte Kapitän sich mit den Reichtümern retten und sie elendiglich ertrinken lassen. Die Matrosen schrien vor Wut und drangen auf den hinterlistigen Kapitän ein. Einige liefen in die Provianträume, um alles Essbare in die Boote zu schaffen. Andere eilten in die Verliese hinunter und nahmen den armen Sklaven, die schon halb im Wasser lagen, die Ketten ab. Diese stürmten mit wildem Geheule die Treppen hinauf und sprangen mit den Matrosen in die Boote. Der Schiffsarzt wollte sie abwehren, doch einer von ihnen schlug ihm mit einer Kette den Schädel ein. Als der Kapitän sah, dass alles nichts mehr nutzte, zog er seine Pistolen heraus, um sich mit Gewalt den Weg zu einem Boote zu bahnen. Aber ein Matrose kam ihm zuvor. Er riss ihm eine der Pistolen weg und schoss ihm eine Kugel durch den Kopf. Dann sprang er den anderen nach in ein Boot hinein. Man stieß ab und ruderte so rasch als möglich durch die hochgehenden Wogen an dem sinkenden Schiffe fort. Schon waren die Boote wohl hundert Meter entfernt. Da schrieb plötzlich der Schiffsjunge, Allmächtiger Gott, die Maria ist noch auf dem Schiffe! Und wahrhaftig. Man hatte die milde, schöne Frau in der schrecklichen Aufregung, in ihrer Kabine vergessen, wo sie von dem Kapitän eingeschlossen war. Ein einziger Schrei entrang sich den Kehlen der Matrosen sowohl wie der Sklaven, und ohne dass einer ein Kommando gegeben hätte, drehten alle Boote um, um die unglückliche Frau vom Schiffe zu holen. Es war zu spät. Kaum hatte man ein paar Ruderschläge getan, als das Schiff vor ihren Augen in die Tiefe sank. Die Boote trieben ein paar Tage umher. Dann wurden die Schiffbrüchigen von einem vorüberfahrenden Dreimaster aufgenommen und in ihre Heimat gebracht. Das Schiff aber lag mit all seinen Schätzen unten auf dem Meeresgrunde. Ein paar hundert Jahre später, zur Zeit, als der große Kaiser Napoleon ganz Europa beherrschte, fuhr einmal ein französisches Kriegsschiff nach Amerika. Ein junger Kadett, Paul Leeroy mit Namen, kletterte an einem frühen Morgen mit nackten Füßen den Mastbaum hinauf, um oben Luke auszuhalten. Er war sehr gewandt und ging so sicher auf den Seilen, als ob er auf ebener Erde wäre. Er mochte wohl schon eine Viertelstunde im Mastkorbe gesessen haben, als er in der Ferne durch den Morgennebel etwas schimmern sah, dass ihm wie eine Frauengestalt vorkam. Das Schiff kam näher heran, aber trotzdem vermochte Paul nichts Genaues zu erkennen. Er vernahm leise Hilferufe, sah aber weder ein Schiff noch ein Boot, sondern nur die Nebelgestalt, die jetzt kaum fünfzig Meter vom Schiffe entfernt zu sein schien. Paul stieg vom Maste herab und ging auf Deck, da er dort besser zu sehen hoffte. Er lehnte sich weit über das Geländer, verlor das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Da er gut schwimmen konnte, fürchtete er sich nicht, sondern er schwamm auf die Nebelgestalt zu. Aber je näher er kam, umso mehr verschwand sie. Er schwamm ein paar Mal über den Fleck, wo er sie gesehen zu haben glaubte, hin und her. Aber vergebens, er konnte nichts entdecken. So beschloss er, rasch zum Schiffe zurück zu schwimmen. Doch siehe da, das Schiff war schon weit voraus. Er arbeitete so sehr er konnte, aber es war unmöglich, den großen Vorsprung wieder einzuholen. Nun schrie er laut. Jedoch war außer der Schiffswache niemand an Deck. Und niemand hörte ihn. Bald waren die Segel in der Ferne verschwunden, und Paul war ganz allein im weiten Meere. Noch gab er die Hoffnung auf Rettung nicht auf. Es war ja möglich, dass bald ein anderes Schiff vorbeikam, das ihn auffischte. Er fand einen Balken und klammerte sich daran fest. Aber die Stunden vergingen. Es wurde Mittag und die Sonne stand strahlend am Himmel und kein Segel war zu sehen. Es wurde später und später. Der Abend senkte sich herab und noch immer keine Rettung. Immer noch harrte er aus und spät umher. Immer vergebens. Der Mond ging auf und warf seine bleichen Strahlen über das Meer. Und da schloss der zu Tode ermüdete Paul die Augen. Er verlor das Bewusstsein, seine Hände ließen den Balken los, und er sank in die Tiefe. Etwas stieß an seine Fußsohlen an und davon erwachte er. Er glaubte, er wäre noch in seiner Kabine und einer seiner Kameraden mache sich einen Scherz mit ihm. So rief er, Marsch, weg da! Ich kann das Kitzeln unter den Füßen durchaus nicht vertragen. Aber dann wurde er ganz wach und blickte um sich. Da sah er, dass er unten auf dem Meeresgrunde lag, mitten zwischen Seepflanzen und Muscheln. Vor sich aber bemerkte er einen gewaltigen Fisch mit riesigem Maule, der an seinen Füßen herumschnupperte. Paul sprang rasch auf die Füße und gab dem großen Fische eine tüchtige Ohrfeige. Und das war dem wohl bisher noch nicht vorgekommen, denn er machte ein schrecklich dummes Gesicht, so dass Paul ordentlich lachen musste. Und dann schwamm er rasch fort. Tja, das ist ja noch mal gut gegangen, dachte Paul. Nun wollen wir mal sehen, wie es hier unten aussieht. Er musste wohl die ganze Nacht hindurch geschlafen haben, denn die Sonne schien hell durch das grüne Meerwasser und beleuchtete die Landschaft dort unten am Meeresgrunde. Paul schritt rüstig einher durch diese unbekannte Welt. Da standen große Austernbäume, von denen sich Paul ein paar Dutzend Austern abbrach, die er zum Frühstück verzehrte. Dann kam er durch tiefe Korallenwälder, die ganz rot waren und so dicht, dass er kaum hindurch konnte. Dazwischen krochen Langusten und Hummer mit mächtigen Scheren, die ihm gern in die Beine gezwickt hätten, wenn er nicht immer geschickt ausgewichen wäre. Auch viele Fische von seltsamer Form schwammen hindurch. Da waren Hammerfische, die genau aussahen wie ein großer Hammer. Und dann wieder andere, die kein Leib, sondern nur einen Kopf hatten und aussahen wie ein Kürbis. Er sah meterlange Aale, die so dünn waren wie Würmer und einen Kopf wie eine Mondsichel hatten. Oder kleine Würmer, die wie Vögel aussahen und durch das Wasser hinflogen. Zu seinen Füßen krabbelten kugelrunde, dicke Seeigel mit großen Stacheln und er musste sich sehr in Acht nehmen, um mit seinen nackten Füßen nicht hineinzutreten. Als er aus dem roten Korallenwalde herauskam, schien das Meer plötzlich ganz tief blau. Er sahen die Höhe und bemerkte über sich eine dichte Wolke von schönen blauen Quallen. Bei all diesen seltsamen Anblicken wurde ihm die Zeit nicht lang. Er merkte kaum, dass es wieder Abend wurde. Als die Nacht hereinbrach, suchte er sich eine bequeme Sandbank aus und streckte sich der Länge nach darauf aus. Er hatte noch nicht die Augen zugemacht, als er in einiger Entfernung die Nebelgestalt von gestern zu erblicken glaubte. Er blieb ruhig liegen, während die Gestalt langsam näher kam. Er kannte bald eine wunderbar schöne, bleiche Frau, die in lange, weiße Gewänder gefüllt war. Sie schritt auf ihn zu, setzte sich zu ihm auf die Sandbank und fragte mit weicher, melodischer Stimme, »Wie heißt du und wer bist du?« Er gab ihr genaue Auskunft und sie antwortete ihm, »Ich heiße Maria« und dann erzählte sie ihm ihre Geschichte. Sie fügte hinzu, dass sie all die lange Zeit hindurch auf einen Retter gehofft habe, dass aber niemand in die Tiefe hinabgestiegen sei, um sie zu befreien. Der böse Kapitän und der hinterlistige Schiffsarzt bewachten sie und die Schätze noch immer. Den ganzen Tag über sei sie in ihrer Kabine eingeschlossen. Nur nachts dürfe sie bis zum frühen Morgen wieder herauskommen. Sie sah Paul tief mit ihren blauen Augen an und fragte ihn, »Willst du mich befreien?« Und Paul drückte ihr herzhaft die Hand. »Gewiss will ich«, rief er freudig, »ich will doch sehen, ob ich nicht mit zwei toten alten Seeräubern fertig werden kann.« »Es ist nicht so leicht, wie du denkst«, antwortete Maria. Jede Nacht verwandeln sich die beiden, um mich besser bewachen zu können. Der Kapitän in einen schrecklichen Polyp und der Doktor in einen Riesenhai mit fünf freien Zähnen. Nun, liebe wohl, Paul, ich muss gleich wieder fort, sonst finden uns die schrecklichen Ungeheuer und dann ist's um dich geschehen.« Sie drückte einen leichten Kuss auf seine Augenlider und verschwand. Paul schlief ein. Am nächsten Morgen machte er sich wieder auf die Wanderschaft. Er durchschritt einen dunklen Wald von Algen und Seetang, durch den er sich mühsam mit seinem Messer einen Weg bahnen musste. Als er glücklich herauskam, sah er einen mächtigen schwarzen Schiffsrumpf vor sich liegen, mit Masten, Segeln und Takelberg. Er schlich vorsichtig um das Schiff herum, um nicht bemerkt zu werden. Auf der Kommandobrücke sah er zwei Leute in alter spanischer Tracht stehen, die miteinander sprachen. Er kannte sie sofort. Der eine war der Kapitän mit einem schwarzen Spitzbarte und einem kleinen Loch an der Schläfe, aus dem ein Blutstropfen sickerte. Der andere war kleiner und dicker und hatte ein bartloses Gesicht. Es war augenscheinlich der Schiffsarzt. Als er seinen mächtigen Panama-Hut ein wenig aufhob, konnte Paul auf seinem Kopf einen breiten, blutigen Streifen sehen, der sich bis zur Stirne hinabzog. Was die beiden sprachen, konnte Paul nicht verstehen, doch hörte er aus dem Inneren des Schiffes ein trauriges Lied, das gewiss die schöne Maria sang. Paul ging wieder in den Tangwald hinein, um zu überlegen, was zu tun sei. Aber wie er auch grübelte und nachsann, es wollte ihm nichts einfallen, wie er wohl die arme, schöne Frau befreien könnte. Die beiden alten Seeräuber waren bis an die Zähne bewaffnet, während er nur ein einfaches Messer bei sich trug. Als es Abend war, schlich er wieder an das Schiff heran. Er sah Maria auf dem Verdecke auf- und abgehen, konnte aber nicht näher herankommen, da ein Heilfisch von riesiger Größe fortwährend das Schiff umkreiste. Außerdem sah er vor dem Schiffe eine mächtige schwarze Masse liegen, die sich kaum bewegte. Es war ein gewaltiger Polyp, der mit seinen giftigen Augen das Dunkel durchdrang. Paul wartete noch ein paar Stunden, da erhoffte, Maria werde ihn in seinem Verstecke noch einmal aufsuchen. Sie kam aber nicht. Und so zog er sich tiefer in den Algenwald zurück und legte sich schlafen. Am anderen Morgen wiederholte sich dasselbe Spiel. Paul schlich um das Schiff herum, ohne doch irgendetwas zur Rettung Marias unternehmen zu können. Er seufzte tief auf. Und da glaubte er plötzlich neben sich auch einen Seufzer zu vernehmen. Er blickte zur Seite unter einem großen, schönen Delfin, der gleich ihm starr auf das schwarze Schiff hinblickte. Und wirklich, Paul hatte sich nicht getäuscht, der Delfin seufzte ganz laut zweimal hintereinander. Und dabei liefen ihm zwei dicke Tränen aus den Augen. Das kam Paul so absonderlich vor, dass er auf den Fisch zuging, denn er wusste, dass Delfine trotz ihrer Größe sehr gutmütige Tiere sind, ihm mit der Hand auf den Rücken schlug und ihn fragte, was ihm fehle und was er hier suche. Wie erstaunte er aber, als der Delfin anfing zu sprechen und ihn fragte, was denn er hier mache. Paul gab genaue Auskunft, wobei der Fisch aufmerksam zuhörte. Und als er fuhr, was Paul vorhabe, leuchteten seine treuen Augen. Nun denn, rief er, dann sind wir Bundesgenossen. Auch ich wünsche nichts sehnlicher, als mich an den beiden Seeräubern zu rächen, die vor einigen Tagen erst meine Frau und vier meiner Kinder nachts überfallen, getötet und aufgefressen haben. Nur das Jüngste ist mir noch geblieben. Wenn ich nur Waffen hätte, sagte Paul, da wollte ich mit den Halunken schon fertig werden. Waffen? antwortete der Delfin. Da weiß ich Rat. Nicht allzu weit von hier liegen die Trümmer eines anderen untergegangenen Schiffes. Da sind Waffen in Höhle und Fülle. Paul winkte ihm, still zu sein, da von Weitem den Kapitän und seinen dicken Arzt ankommen sah. Die beiden schritten Arm in Arm beratschlagend daher, während sich Paul und der Delfin, um nicht gesehen zu werden, rasch in den Schatten des Algenwaldes versteckten. Sie konnten ganz gut das Gespräch der beiden Seeräuber belauschen. Du hast recht, Doktor, sagte der Kapitän. Und wenn ich noch tausend Jahre auf sie warten wollte, Maria wird mich doch nicht erhören. Es ist das Beste, wir machen der Sache ein Ende und töten sie heute Nacht. Und fressen sie zusammen auf, wenn wir als Polyp und Haifisch umher schwimmen, grinste der hässliche Schiffsarzt. Es ist die höchste Zeit, dass Rettung kommt, rief der Delfin, als die beiden Ungetüme fort waren. Spring auf meinen Rücken und halte dich gut fest. Paul tat wie ihm geheißen und der Delfin schoss wie ein Pfeil durch das Meer. Paul musste sich ordentlich am Halse festhalten, um nicht herunter zu fallen. Endlich waren sie am Zeele angelangt. Paul sprang ab und sah den Meeresgrund ringsum mit Schiffsplanken und Trümmern bedeckt. Er suchte in dem Wirrwurm her und fand endlich einen langen, spitzen Degen. Außerdem steckte er noch ein großes, scharfes Messer zu sich. Das Suchen hatte eine gute Spanne Zeit in Anspruch genommen und der Delfin drängte zur Rückkehr. »Rosch, rosch«, rief er, »wir haben keine Zeit zu verlieren, sonst kommen wir zu spät.« Paul setzte sich wieder auf den Rücken des braven Tieres und mit Windeseile ging es zurück. Die Sonne war schon untergegangen und der Mond schien hell durch das Wasser. Plötzlich hörten sie in der Ferne Hilfe rufe. »Es ist Maria«, rief Paul, »vorwärts, vorwärts!« Der Delfin schlug mit den starken Flossen das Wasser so schnell er konnte. Sie kamen gerade noch zur rechten Zeit, einen Augenblick später und alles wäre vergebens gewesen. Vor sich sahen sie das schöne Mädchen, wie es von dem Riesenhai, in den sich der Schiffsarzt verwandelt hatte, verfolgt wurde. Der Haifisch riss ein gewaltiges Maul auf, in dem unzählige lange spitze Zähne starten, um Maria zu verschlingen, als Paul von seinem schwimmenden Rosse absprang und die zu Tode erschreckte Schöne schnell zur Seite riss. Der Haifisch stutzte einen Augenblick und diesen Moment benutzte Paul, um gewandt unter dem Haifische herzutauchen. Als er gerade unter ihm war, stieß er ihm von unten den langen spanischen Degen bis zum Heft in den Bauch, riss ihn wieder heraus, stieß ihn noch mal hinein und noch einmal und noch einmal. Beim letzten Stoße brach die Klinge mitten 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 Leibe ab. Aber es war auch der Todesstoß. Paul hatte das Ungeheuer mitten ins Herz getroffen. Mächtige Blutströme quollen aus den Wunden und färbten im weiten Umkreise das Wasser rot. Das grässliche Untier schlug noch ein paar Mal mit dem mächtigen Schwanze, ohne jedoch jemanden zu treffen, da der Delfin das halb ohnmächtige Mädchen geschickt, ein wenig zur Seite gebracht hatte. Und dann verschieht die gräuliche Bestie. Paul wollte sich gerade nach Maria umsehen, als der Delfin ihm zurief, nimm dich in Acht, sie hinter dich. Paul drehte sich um und sah, wie sich in einiger Entfernung eine ungeheure dunkle Masse, aus der ein paar große Augen funkelten, auf ihn zuschob. Er kannte den ekelhaften Polypen, der seine langen, mit scheußlichen Saugnöpfen versehenen Fangarme nach ihm ausstreckte. Einer dieser schlangenartigen Arme ringelte sich schon von unten um seine Beine. Paul griff rasch nach seinem Gürtel, zog das Messer heraus und hieb damit den Arm ab. Aber im nächsten Augenblicke fühlte er sich schon von vielen anderen Fangarmen umstreckt, die ihn mit unheimlicher Gewalt an das furchtbare offene Tricht der Maul des Polypen heranzogen. Obwohl er wie wahnsinnig mit dem Messer um sich schlug und mehr als ein Stück von dem schauerlichen Schlangenarm herunterhieb, konnte er sich doch nicht aus der unheimlichen Umarmung befreien. Schon glaubte er sich verloren, als der Delfin, der dem furchtbaren Kampfer aufmerksam gefolgt war, plötzlich mit einem wohlgezielten Schwanz schlage, das reine Auge des grässlichen Tieres traf. Der Riesenpolyp, auf der einen Seite geblendet, wendete sich sofort seinem neuen Feinde zu. Und diesen Augenblick benutzte Paul und mit seinem Messer dem Untiere, auch das andere Auge auszuschlagen. In blinder Wut griff der Polyp mit seinen Fangarmen nach allen Seiten herum, um einen der Gegner zu erwischen. Aber Paul schlug ihm geschickt einen Arm nach dem anderen ab. Das Blut des hässlichen Heilfisches vermischte sich mit dem schwarzen giftigen Saft, der den Wunden des sterbenden Polypen entquoll. Und Paul verlor beinahe das Bewusstsein in dem entsetzlichen Geruch. Erklammerte sich an die Schwanzflosse des Delfins, der ihn rasch wegzog, während sich der armlose Rumpf des ekelhaften Tieres in Todeszuckungen wälzte. Maria sank ihrem Retter mit einem Freudenschrei um den Hals und brach dann bewusstlos zusammen. Paul trug sie vorsichtig auf das Schiff in ihrer Kabine und legte sie ins Bett, während er selbst mit dem Delfin auf dem Verdeck schlief. Am anderen Morgen bot ihm der Delfin, der sehr froh über den Tod der Unholde war, an, sie beide zur französischen Küste zu bringen. Sie weckten Maria, die über diese Mitteilung so erfreut war, dass sie erst ihrem Paul und dann dem Delfin einen tüchtigen Kuss auf sein rundes Maul gab. Dann zeigte sie Paul das Versteck mit den Schätzen. Sie füllten vier schwere Säcke voll Gold und Edelstein, so viel, als der Delfin erklärte, tragen zu können. Sie legten die Säcke auf den Rücken des guten Tieres und setzten sich oben drauf. Dann ging es hinauf zur Oberfläche des Meeres. Vorher aber schwamm der Delfin noch einmal zu seinem Neste, um seinen kleinen Sohn zu holen, der letzte, der ihm übrig geblieben war. Es war ein lustiges kleines Kerlchen, nicht größer als ein Arm, das immer fidel hinterher schwamm. Wenn es ihm zu schnell ging, bis es sich einfach bei seinem Papa im Schwanze fest und ließ sich mitziehen. So ging die Reise oben auf der Oberfläche der Küste zu. Die Sonne strahlte am Himmel, als ob sie sich auch darüber freue, dass das schöne Mädchen endlich gerettet sei. Ringsumher aber plätscherten vergnügt eine Menge kleiner Fische, die sich dem seltsamen Zuge angeschlossen hatten. Zuweilen bat der Delfin, der wie alle Delfine die Musik leidenschaftlich liebte, Marie ein Lied zu singen, das weithin über das Meer schallte. Wenn Paul aber einen lustigen Tanz pfiff, dann sprangen alle die kleinen Fische lustig im Wasser herum. Der kleine Delfin aber trieb es am tollsten. Er schoss Kobolds und schlug Purzelbäume. Als sie an der französischen Küste ankamen, setzte der treue Fisch die beiden jungen Menschen ab und man verabschiedete sich tränenden Auges voneinander. Maria und Paul aber nahmen ihre Säcke über die Schulter und gingen ans Land. Bald darauf verheirateten sie sich und ließen sich eine herrliche Villa dicht am Meeresofer bauen. Dort wohnten sie noch viele, viele Jahre hindurch und man konnte von dem heller leuchteten Balkon Gesang und Musik hören, die Paul und Maria in treuer Dankbarkeit ihren treuen Freunden machten, dem Delfine und den anderen Fischen, die da draußen im Meere herumschwammen und lauschten. Das war die Geschichte vom Seeräuber Schiff. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da und vielleicht sogar eine Patreon-Kanal-Mitgliedschaft, um mich auch außerhalb von YouTube zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.